Ich hab schon viel gefecht, dafür viel geflächt, hab dabei viel gelacht, jeden Scheiß mitgemacht, die Leute waren entbehört und nicht total zerstört, doch was ich dann erfuhre, ist Geschmackfriere und Ruhe. Da kommt ein Äppler um die Ecke und da steht zwei Gäser drauf, Schöner Apel-Essich, keiner trinkt ihn aus, Wasser zieht mir die Fresse, wenn ich die Scheiße grau, hey, ich schweiß auf, dann lieber roten Bücher, denn da geht mir die Hose auf. Ich schrie und toste raus, hab mir den Sosch versaut, davon trink ich nichts mehr, dann lieber winken kühler, ich hab einen Schiss gekriegt und war noch nicht mal dicht, die Unterbuchs war voll und ich fand's ehrlich gesagt net toll. Da kommt ein Äppler um die Ecke und da steht ein Gäser drauf, Schöner Apel-Essich, keiner trinkt ihn aus, was verzieht mir die Fresse, wenn ich den Scheiß leckst auf, hey, ich schweiß auf, dann lieber roten Bücher, denn da geht mir die Hose auf. Neulich aus Engeland kam dieser Seide an, der steht jetzt im Regal, für mich die reinste Qual. Dann guck ich noch mal hin und seht Trageserbrie, da muss es mir zu dumm und dreht da einfach rum. Da kommt ein Äppler um die Ecke und da steht Trageser drauf, noch nette Mo mit Cola, kannst du in die Essig trink es auf, und dann noch dieser Seide, da hört sich ja wohl alles auf, alles auf. Das ist alles Turker Stifte und keiner hält es auf. Das ist alles Turker Stifte und keiner hält es auf. Das ist alles Turker Stifte und keiner hält es auf. Untergesen